Dieses Highlight ist Siegel. Mein absolutes Highlight. Du bist das Krönchen für mich. Wie schön das Leben hier ist. Meine Highlight ist Siegel. Voilai. Jetzt können wir auch noch mehr so gewähren. Ja, ganz schön. Alles klar, auf geht's. First Take. Könnte ein bisschen obermessig sein. Hallo, hier ist Dieter Falk. Wir sind in Düsseldorf in meinem Tonstudio und nehmen gerade den 800 Jahre Siegen. Man kann es kaum glauben. 800 Jahre ist die Stadt schon alt. Und wir nehmen den Kampagnen-Song auf. Hi, hier ist Judith Adagwa. Wir haben gerade schon ein paar Zeilen eingesungen. Und wir machen schon ein paar Voraufnahmen des Siegensongs. Ob im Schlosspark, Ober- oder Unterstadt. Henna und Frieda fanden hier ihren neuen Platz. Ja. Hallo zusammen. Ju Todaro meldet sich hier aus dem Studio in Düsseldorf von Dieter Falk. Wir produzieren den Siegensong vor. Und wir freuen uns schon drauf. Siegen, du bist das Größchen für mich. Wie schön das Leben hier ist. Meine Heimat ist Siegen. Siegen, du bist das Größchen für mich. Macht alle mit. Genau, wir brauchen euch, eure Stimmen. Denn wir wollen einen großen Chor zusammenstellen, damit ihr uns unterstützt. Und wir gemeinsam unsere Stadt feiern können. Also, meldet euch an und macht mit. Wir zählen auf euch. Oh Leute, was klingt das schön? Und wir wollen euch, was klingt das schön. Ja. Vielen Dank.